willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wollen wir uns noch mal einem aspekt aus der dragonflight ankündigung widmen der bislang noch gar nicht so viel aufmerksamkeit bekommen hat auch von mir nicht und zwar geht es um ein neues model welches im ankündigungstrailer zu sehen war und dabei geht es um kalegos bzw kalek wie er sich in seiner humanoiden form nennt der ja als anführer des blauen drachenschwarms in erscheinung getreten ist ich glaube seitdem maligos besiegt wurde er ist dann irgendwann später nachgerückt wie dem auch sei im neuen addon soll er eine große storyline bekommen in einem der gebiete das ist dieses was ein bisschen an die grizzly hügel angelehnt ist und dazu hat er auch ein neues model spendiert bekommen die news selber habe ich gestern schon deutlich früher auf twitter gepostet bzw auf meiner homepage wer da also sofort up to date sein möchte gerne dort abonnieren link in der video beschreibung es lässt sich einfach da mehr posten als ich das hier auf youtube kann oder möchte und dementsprechend muss ich auf youtube das ganze mal ein bisschen aufteilen das als hintergrund hier sehen wir seine alte humanoide form die ja wenn ich ehrlich bin wenn die blauen haare nicht sieht er schon so ein bisschen aus wie so ein questgeber den du irgendwo in weiß ich nicht im brachland treffen können da vielleicht nicht aber er sieht aus wie ein level questgeber den du so im level 20 30 gebiet finden dürftest könntest die kleidung ist zwar etwas auffälliger auch aber ansonsten er sieht jetzt nicht wirklich spektakulär aus das wird sich ändern und zwar ist das seine neue humanoide form in dragonflight und die gefällt mir sehr sehr gut das outfit ist in den grundsätzen ähnlich geblieben allerdings jetzt deutlich hochauflösender er hat an den schultern so ein paar polster und hier oben ein kragen an der jacke dazu kommen dieses braun das sieht so ein bisschen immer finde ich aus wie so lumpenkleidung und das ist jetzt deutlich weniger präsent hier die hose sieht man noch aber da ist der farbton auch deutlich heller alles in allem sieht er doch deutlich mehr auch mit diesem lila blau hier schon aus wie ein drache des blauen drachenschwarms und das gefällt mir sehr sehr gut das war das bild direkt aus dem ankündigungstrailer finde ich sieht sehr schick aus könnte ich mich daran gewöhnen muss ich auch weil das wird sein neues model sein drachen model als kalikos wird ebenfalls aktualisiert das ist sein jetziges und da muss man sagen es ist sehr matschig kantig hier hat mehr ecken im gesicht als pokémon karte und weiß nicht es sieht also ich finde es vom farbton her mit den augen und so weiter sieht schon cool aus aber es halt das model was so ziemlich fast jeder x-beliebige drache in world of warcraft auch hat also nicht unbedingt einer solch wichtigen person würdig und dementsprechend bekommt er jetzt eine anpassung das wird das neue kalikos model es sieht auf jeden fall von den texturen deutlich detaillierter aus es ist nicht mehr so klumpig klobig wie auch immer hier sehen das sieht so ein bisschen aus als würden sich da wie so magische runen abzeichnen auf seiner haut also das gefällt mir ziemlich ziemlich gut der weiße farbton ist auch muss ich sagen schöner getroffen als hier oben in den bildern also gefällt mir gut hier haben wir noch mal ein bild wie es aussieht wenn er fliegt sieht schön aus ich finde es sogar ein bisschen klein er könnte ruhig ein bisschen größer sein das wort schießt aber wenn man jetzt mal sieht alex straser und so weiter isera alle hatten bzw haben ein spezielles drachen model auch gehabt und da finde ich war es jetzt auch an der zeit dass kalegos da nachrückt sieht schön aus gefällt mir sehr sehr gut und schreibt mir eure meinung dazu gerne mal in die kommentare damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über ein abo und like freuen damit helft ihr mir sehr weiter und zeigt dass euch meine arbeit gefällt ich wünsche euch noch einen schönen abend lasst es euch gut gehen reingehauen